hallo liebe schnitzels und herzlich willkommen zu minecraft mario party oh ja jetzt wird es mal wieder zeit für ein bisschen minecraft und da ich mario party ultra fein bin ich habe das damals als kind so viel gesuchtet und dann gibt es jetzt in minecraft ich habe es früher so oft gespielt und okay ok weißt du was jetzt gehst du mal wieder rein weil die leute lieben mario party die leute lieben minecraft ja was nennen wir für einen charakter nennen wir ihn joshi naja äh joshi darf man dieser charakter ist nur für für premium waluigi mamma mia biseria also ich war schon ewig nicht drin also falls ich verkacken sollte dann seid mir nicht böse aber normal bin ich bei so minispiele nicht schlecht normalerweise jump and run bin ich eher so mittelmäßig pvp o eigentlich geht so geht so zu einem spieler fällt noch ich werde natürlich auch in die video beschreibung den server packen dann gibt es echt schon richtig lange ich glaube der heißt kick kick so in kiko in kiba do deen irgend so was sonnenuntergang a ein ich werde ich gehe gar nicht dauer ei 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 die die ob mich habe das mit ihnen ihnen geben nicht reden kann wöjig mein bruder was mein unterfall ok in 20 sekunden beginnt das spiel von minecraft mario party mit waluigi babigi ich hoffe euch geht's gut cytoxin so heißt er oder cytoxin sie werden nicht teleportiert herzlich willkommen bei minecraft party auf cytoxin.de also schreibe mal rein golden one es wird gespielt heiße kartoffel auch das kenne ich noch das kenne ich noch gib die heiße kartoffel weiter sonst wirst du verbrennen normal muss ich mich verstecken versteck mich auch wer hat sie? wer hat sie? wer hat sie? wer hat sie? lauf vom euer leben ich bin ausgeschieden, warum? kann er äh wieso bin ich jetzt ausgeschieden? das ist ja blöd das ist ja richtig blöd liebe leute nicht wundern, da hinten war grad mein vater der wollte wieder irgendwas aber ich bin nicht zuhause ich bin nicht zuhause wieso? komisch komisch lauf du meier leute witzig also ich habe nicht gesehen dass ich die kartoffel hatte aber vielleicht sieht man das hier dann später aber man muss die minispiele nicht gewinnen um zu gewinnen man kann auch gut würfeln so wie ich die zwei wow that's great hello guys hello hello jenny na knockout okay knockout knockout aha war ich schon wieder da müssen wir uns runter hauen wow ja sicher die drecksau ich hab dich runter ha ha ich hab ihn vernichtet komm her du sauer bam wuhu ich weiß nicht ob man gewinnt wie viele leute man killt oder wie oft man runterfällt ich weiß nicht eher nix gewesen he hallo wow jawoll uah uah nein jetzt hab ich einen superschlag nein ah den hab ich immer noch hinterhacken uah uah boah boah das ist mir immer relativ gut unterwegs, oder? ah wie ich abgekrat hier leuchtet es nur mehr hu boah weg da ah bin erster leute ne was willst du mit dein dnt, Alter drifte mal bam, Alter bam, Alter bam, Alter jesus christ jesus christ jesus christ wooo 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 alter du hast den neuen rekord 17 leute hab ich gebumst so läufts und jetzt ist so wenn du erster wirst kannst du zweimal würfeln zwei würfel bis sechs bei zwei bis fünf bei zwei bis fünf und bei drei bis drei 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 ich gebe mir eine sechs, komm schon vier ja ok sieben ist schon mal mehr als einmal würfeln hallo ne der angi michi und der klein geschrieben wow mal gucken was wir machen vierter ja ok es wird gespielt was wird gespielt one in the chamber one in the chamber one in the chamber was machen wir schnell ich weiß nicht mal was genau war ich glaube ist es das mit dem bogen ja ok ja genau oha ich hab dich getroffen wo du stirb doch oh fuck au nein bei geschossen ha ha BAM BAM vorbeigeschossen fuck fuck this shit i'm out auwe ich hab dich nicht getroffen komm her ich hab dich auch nicht getroffen von wo von vorbeigeschster mit von scheiße friends was gut ist 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 3 ok bitte nicht zurück wow vielfältige vorne wow dr white no fps alles klar minengefecht minengefecht grabe dich aha gut weiß ich schon wieder da können wir graben und bei diesen edelsteinen kriegst du besonderes equip okay mal fuck off hat er mir nichts mitgenommen ich weiß es nicht das ist schwierig das einmal habe ich das mal gespielt ein einziges mal ich habe den Camper unter den ich habe viele noch leben holy crap naja das ist alles ok ok nein hier war ich jetzt echt schlecht hier war ich echt schlecht liebe freunde echt schlecht 15 sekunden noch dr white gg 15 der peinliche da kommt egal hauptsache gut wir von kommschon 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 ja 6 das ist gut das ist gut was kommt für ein spiel was kommt für ein spiel das ist gut alles ist gut alles ist gut alles ist gut das 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 ist gut platziert platzieren platzieren heißer boden da bin ich eigentlich auch nicht so schlecht aber es ist gut viele dieser spiele sind reinglück viele dieser spiele sind reinglück das ist gut das ist gut das ist gut alles das ist gut das ist gut das ist gut Oh Mann, Alter. Frustzug, alter Frustzug. Mei, ich war da gar nicht so schlecht. Ach ja. So, komm schon. Eine 6, komm schon. Eine 6, komm schon. Ach, 3. Alles ist besser als 1 und 2. Der Bubi. Der Bubi. I want the Bubis. Was bin ich noch? Bin ich noch dritter? Ah, jetzt bin ich dritter. Scheiße. Ah, das schaffen wir. Wir sind noch 24. Wohlblock. Okay, komm schon. Komm schon, Philipp. Komm schon. Hier muss man aufpassen, weil das schwierige ist, wenn es zweimal das gleiche in die Farbe kommt. Also zweimal die gleiche Farbe. Okay, so, das ist gut, glaube ich, Leute. So, das ist gut. Oh, jetzt geht's so schnell manchmal. Orange. Pink. Hui. Dunkelbrau. Oh. Schwarz. Oh, das sind jetzt viele ausgeschüttet. Rot. Zu. Grün. Huh. Villa. Oh, jetzt sind viele ausgeschüttet. Orange. Ach Gott. Nein, das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Aber zweiter. Ja. Ist doch gut. GG. Das heißt, der Wert zweimal würfeln. Ne 5. Ne 2. Ah. 5 und 2. 10 Felder sind noch. Was bin ich? Dritter. Scheiße. 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 Der Bubi. Der Bubli. Mini Survivor Game. Mir muss das versuchen, so ich spiele mir gerne. Oh Gott. Scheiße. Ja, hier ist nix drin. Was bin ich dumm? Ich hab schon alles verlernt, Alter. Ah, so was. Okay. Das Holzschweig drauf. 4. Goldstiefel. Ah, muss halt so viel. Oh lol, da kommt eine Zone. Oha. Wieso rüstet der das nicht aus? Jetzt. Goldschwert, das ist schon mal gut. Oh. 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 In your face, du Wichser! Jawohl, jawohl, komm schon, Würfelgeil, komm schon, Würfelgeil! Fünf, jawohl! Komm schon, bitte, bitte, bitte! Fünf! Oh mein Gott, warte mal! Wir sind auf dem letzten Feld! Ist jetzt noch ein Spiel? Hier ist noch einer! Ah, Leute, ich bin... Zwei Felder über der Zahl! Oh! Zweiter sind wir geworden, liebe Freunde, zweiter! Oh, das war klaus, ja, bei dem Einspiel habe ich richtig verkackt! Scheiße! Naja! Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen! Minecraft, Mario Party und vielleicht nochmal, schreibt es in die Kommentare rein! Und ich wünsche euch noch einen schönen, restlichen Tag! Hau da rein, meine Freunde! Bis zum nächsten Video oder nächsten Stream! Hau da rein, meine Schnitzels! Bye, bye!